Der Landkreis Aschaffenburg liegt im äußersten Nordwesten des bayerischen Regierungsbezirks Unterfranken. Er ist der bevölkerungsreichste Landkreis in Unterfranken und nach Ansbach der bevölkerungsreichste in Franken. Geografie Das Kreisgebiet umfasst im Westen die Mainniederung im Norden den Kahlgrund und reicht im Osten bis in die Höhenlagen des Spessarts. Im Rohrbrunner Forst hat der Landkreis Anteil am Geiersberg dem höchsten Spessartgipfel. Über 200 Quadratkilometer des Kreisgebietes sind gemeindefreie Forstgebiete. Der Main bildet teilweise die Grenze zu Hessen. Zwei Gemeinden im Südwesten liegen links und westlich des Mainz, Stockstadt und Großostheim. Hier hat der Landkreis einen kleinen Anteil am nordöstlichen Rand des Odenwaldes. In der Gemarkung Wenigumstadt erreicht der Odenwald eine Höhe von 280 Meter. An der Einmündung der Kahl in den Main liegt auf einer Höhe von etwa 102 Meter der niedrigste Punkt des Landkreises und des gesamten Freistaats. Südlich davon befindet sich im Kahlsteiner Ortsteil Großwelsheim der westlichste Punkt von Bayern. Der Landkreis grenzt im Uhrzeigersinn im Westen beginnend an die Landkreise Darmstadt, Dieburg, Offenbach und Main-Kinzig-Kreis. An die Landkreise Mainz, Bessart und Miltenberg sowie an die kreisfreie Stadt Aschaffenburg – Geschichte. Das Gebiet des heutigen Landkreises Aschaffenburg gehörte vor 1800 überwiegend zum Erzstift Mainz. Erst 1814 bzw. 1816 kam es an Bayern. Mit Verfügung vom 1. Oktober 1814 wurden die Landgerichte zweiter Klasse Aschaffenburg, Kaltenberg und Rotenbuch sowie das Herrschaftsgericht erster Klasse des Grafen von Schönborn zu Krombach errichtet. 1815 wurde Aschaffenburg eine kreisunmittelbare Stadt. Mit Verfügung vom 1. November 1816 entstand das Landgericht dritter Klasse Alzenau, nachdem dieses vormals hessische Amt an Bayern gekommen war. Nach den Entschließungen vom 30. Juni 1828 sowie vom 8. und 14. Januar 1829 wurde das Landgericht Kaltenberg aufgelöst und sein Gebiet auf die Landgerichte Aschaffenburg und Alzenau und das Herrschaftsgericht Krombach aufgeteilt. Alle Gerichtsbezirke gehörten zum Unter-Main-Kreis bzw. ab 1838 zum Regierungsbezirk unter Franken und Aschaffenburg. Am 4. Juni 1848 wurde das Herrschaftsgericht Krombach aufgehoben, 1858 dk-Sekunden-Landgericht Schellkrippen gebildet. Bezirksämter Das Bezirksamt Aschaffenburg wurde im Jahr 1862 durch den Zusammenschluss der Landgerichte älterer Ordnung Aschaffenburg und Rotenbuch neu gebildet. Ebenso wurden die Landgerichte Alzenau und Schellkrippen zum Bezirksamt Alzenau in Unterfranken zusammengefasst. Anlässlich der Reform des Zuschnitts der bayerischen Bezirksämter trat das Bezirksamt Aschaffenburg am 1. Januar 1880 die Gemeinden Habistal. Krommental, Neuhütten, Rotenbuch und Vistal an das Bezirksamt Lohr am Main ab. Im Jahr 1901 wurde die Stadt Aschaffenburg zulasten des Bezirksamtes vergrößert. Am 1. März um die Gemeinde Leider und am 1. Juli um die Gemeinde Damm. Am 1. Januar 1939 wurde wie überall im Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt. So wurden aus den Bezirksämtern die Landkreise Alzenau, UFR und Aschaffenburg. Am 1. April 1939 kam die Gemeinde Schweinheim zur Aschaffenburg. Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurden am 1. Juli 1972 die beiden Landkreise Aschaffenburg und Alzenau in Unterfranken sowie die Gemeinde Rotenbuch aus dem ehemaligen Landkreis Lohr am Main und die Gemeinde Pflaumheim und Wenikumstadt aus dem ebenfalls aufgelösten Landkreis Obernburg am Main zum neuen Landkreis Aschaffenburg vereinigt. Aschaffenburg blieb eine kreisfreie Stadt und wurde Sitz des neuen Landkreises. Am 1. April 1975 trat der Landkreis die Gemeinde Geilbach an die kreisfreie Stadt Aschaffenburg ab. Am 1. Mai 1978 folgte noch Obernau. Am 1. Juli 1976 trat der Landkreis Main-Sperzart die Gemeinde Wiesen an den Landkreis Aschaffenburg ab. Zwischen 1988 und 2008 wuchs der Landkreis Aschaffenburg um knapp 19.000 Einwohner bzw. um rund 12%. Seit 2005 ist die Tendenz nach einem Höchststand von Rd. 175.500 Einwohnern rückläufig. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den Gebietsstand vom 25. Mai 1987 Politik. Seit 1945 stellte die CSU ununterbrochen den Landrat. 1945 bis 1947 Hans Seidel 1947 bis 1952 Alfons Goppel 1952 bis 30 Juni 1972 Josef Kerpes 1. Juli 1972 bis 30 April 2002 Roland Eller Seit 1. Mai 2002 Ulrich Reuter Kreistag Sternchen Konstanze Roth Ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend Bayern trat kurz nach der Wahl bei der Grünen Jugend aus und wechselte zu den jungen Liberalen, sie nahm ihr Mandat in die FDP-Fraktion mit. Die Fraktionsstärke bei den Grünen änderte sich dadurch von 6 auf 5, während sie bei der FDP von 3 auf 4 anwuchs. Blasonierung Das Wappen wurde zunächst 1967 und erneut am 14. November 1974 verliehen. Das Mainzer Rat steht für das Erzbestum Kurmains, zu dem das Aschaffenburger Land seit dem Mittelalter gehört hatte. Die Ringe waren das Symbol der Herrenächter, die UA, das Schloss Messpellbrunn bauten. Der Eichenzweig versinnbildlicht den waldreichen Spessart, an dem der Kreis Anteil hat. Wirtschaft und Infrastruktur Die bayerischen Staatseisenbahnen führten schon 1854 von Würzburg her ihre Strecke über den Spessart nach Aschaffenburg und schlossen sie Mainabwärtsbalkal an die hessische Ludwigsbahn an. Die Weiterinrichtung Hahn auf Frankfurt führte nahm die HLB auch den Betrieb von Aschaffenburg zur hessischen Residenzstadt Darmstadt auf. Die bayerischen Staatseisenbahnen eröffneten von Aschaffenburg aus noch neben Bahnen 1876 über Obernburg-Helsenfeld nach Miltenberg. Am 10. Januar 1910 wurde vom Bahnhof Obernburg-Helsenfeld eine Bahnstrecke Obernburg-Helsenfeld-Heimbuchenthal in den Spessart eröffnet, die ab dem Bahnhof Wintersbach bis zum Endbahnhof Heimbuchenthal ca. 3 km im Bereich des Kreisgebietes verlief. Ab 1911 zwölftel ging eine Strecke nach höchstem Odenwald in Betrieb. Eine besondere Bedeutung für den Altkreis Alzenau besitzt die 1898 erbaute Strecke Karl Schöllkrippen der damaligen Karl Grund Eisenbahn AG, die heute von der hessischen Landesbahn betrieben wird. Alle Triebwagen fahren seit 1997 98. bis zum Hauptbahnhof Hanau durch und schließen dort an die S-Bahn Rhein-Main an. Von den 95 km des Gesamtnetzes sind im Kreisgebiet für den Personenverkehr 18 km stillgelegt worden. 1968 Obernburg ist gleich Elsenfeld-Heimbuchenthal 3 km, 1974 Aschaffenburg-Süd-Höchst-Odenwald 15 km. Ansässige Unternehmen FAN, Frankenstolz, Basler Fashion, Penta Chemikalien, Hyundai World Rally Team, Leibold Optics, Nukem Technologies Alzenau, Mindjet Alzenau, Städte und Gemeinden. Vor der Gebietsreform hatte der Landkreis Aschaffenburg 32 Gemeinden-Schutzgebiete. Im Landkreis gibt es 13 Naturschutzgebiete, 7 Landschaftsschutzgebiete, 29 Geotope und 6 ausgewiesene FFH-Gebiete. Siehe auch, Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Aschaffenburg, Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Aschaffenburg, Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Aschaffenburg. Liste der Geotope im Landkreis Aschaffenburg Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen abzugewiesen. Es wird durchgängig bis heute ausgegeben. Seit dem 11. Juli 2013 ist auch das Unterscheidungszeichen ALZ erhältlich.